Musik Das Amtsanmaßung Ja gut, aber dafür sind wir ja auch die Guten, die dafür sorgen, dass es hier mal richtig Zug reinkommt. Leverkusen ist ein Sündenfuhl. Ja, die ganze Welt ist ein Sündenfuhl. Ja, aber besonders Leverkusen. Für 8 Jahre auf, aber zählt doch kein Mist. Musik Sie sind, ich sehe es gerade, Sie sind ein durchschnittlicher Leverkusener, Leverkusener Bürger. Aber nur ein Parkplatzwächter. Ein Parkplatzwächter, ja. Das ist sicherlich nur Tee, den Sie hier rauchen, vermute ich mal. Nein, wie heißt das? Kräuter der Provence. Kräuter der Provence. Genau. Leck mich am Arsch. Ja, das hast du gerne, ne? Musik Musik Dieser Stempel hier und dieses Gesamte stört so ein bisschen mein sittliches Empfinden. Und von daher gesehen möchte ich das gerne hier bedecken. Damit dieser Schweinkram, also jetzt nicht für jeden offensichtlich hier so, ne? Ja, da kam der Blütenstempel, kommt so, kommt so, so kommt der raus. Und das ist doch irgendwie unglaubliche Sauerei, finde ich, ne? Das ist doch kein Sauerei, das ist doch Natur. Ja, gut, gut. Da kann doch aber der arme Verkäufer nichts dafür, dass die Blüte so beschaffen ist. Ja, aber deswegen haben wir ja diese Tür hier dabei, dass man es ein bisschen... Können Sie auch da zu dem Scharia-Ordnungsamt? Dann kann man ja gleich mit einem Nacktmodell hier durch die Fußgängerzöne laufen, finde ich. Ach! Das ist doch ungefähr das Gleiche. Ja, das Vergleich hinkt aber gewaltig. Das finde ich überhaupt nicht. Mich macht es spitz, das ist für mich das Einzige, was zählt. Das ist ja ein Ding. So, Freunde, ich würde mal sagen, Mittagspause was. Musik Musik Hallo, Brüder. Ihr wisst, warum wir hier sind? Wollen ein bisschen nach dem Rechten schauen? Oh, wir hören Polizisten hier, brauchen wir nicht. Wir hören Polizei, die Regeln sind alle schon. Ja, ja. Religion ist für jeden selbst. Das heißt nicht, dass man nach außen tragen muss. Jeder, der seine Religion nach außen trägt, ist ein Trottel in meinen Augen. Ja, ja. Wer hat das nochmal gesagt? Goethe oder so? Religion ist das Gefängnis für dumme Menschen. Weiß ganz schön. Heutzutage gibt es Bücher. Man kann nicht weiter, man kann alles lesen. Was für eine Welt jetzt, jetzt fangen die Brüder schon mit Goethe an. Ich habe auch verboten. Nee, komm, verschwindet. Warum denn? Ja, deswegen. Wir sind nicht die von der Polizei. Nee, guck mal, was hinten draufsteht. Wir sind vom Ordnungsamt. Scharia Ordnungsamt. Wir sind nämlich die Guten. Ja, ja, da zieht man. Wir sind die Guten. Nee, nee. Wir sind ja nicht. Ach, um Gottes Willen. Schön, dass ich Sie hier treffe, Herr und Frau. Nee, danke schön. Wir sind doch nur Salafisten. Achso. Daneben. Wir sind Scharia, aber wir sind das Scharia Ordnungsamt. Wir sind die Soften, die Lieben. Ihr seid die Lieben. Wir sind die sympathischen Salafisten. Ihr seid die Sympath... Ja. Gibt es sympathische Salafisten, oder was? Ja, guck mich doch an. Noch eine Type? Gott segne dich im Namen Jesus Christus, mein Kind.